Ich grüße Sie, damit starten wir mit Brisant. Gerade erst hat Till Lindemann von Rammstein sein Instagram-Account mit mehr als einer Million Fans gelöscht. Der Grund sind vermutlich die Vorwürfe, die im Raum stehen. Einige Frauen werfen dem Sänger Machtmissbrauch vor. Er soll eine Art Rekrutierungssystem gegeben haben, um dem Sänger junge Frauen zuzuführen. Und noch sind es Vorwürfe. Aber die haben jetzt schon Konsequenzen. Groß war die Aufregung heute in einem Erlebnisdorf für Familien. Auf dem Gelände in Brandenburg ist ein Feuer ausgebrochen. Da waren die ersten Besucher schon da. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, aber es gibt verletzte und niedergebrannte Gebäude. Es ist die Nachricht, vor der sich die Menschen in der Ukraine schon lange fürchten. Im Osten des Landes, in nahe der Front, der wichtige Karovka-Staudamm ist gebrochen. Möglicherweise durch eine Sprengung oder einen Angriff. Er staut die Lebensader des Landes, den mächtigen Fluss Denipro. Und er liefert Wasser für die Menschen dort und für die Landwirtschaft. Und jetzt drohen ganze Landstriche in den Fluten zu versinken. Eine ökologische und wirtschaftliche Katastrophe. Und das mitten im Krieg. Und dazu erreichen wir jetzt Darko Jakovlevic in Kiew. Welche Auswirkung hat die Sprengung des Karovka-Staudammes auf die Region und hat es möglicherweise auch Auswirkungen auf das Kernkraftwerk Saporizhia? Ob in Arztpraxen oder Pflegeheimen Falschabrechnung soll es in vielen Leistungsfeldern unseres Gesundheitssystems geben. Und wir sprechen davon vermutlich bis zu 18 Milliarden Euro. Diesen gigantischen Betrag entziehen Betrüger Schätzungen zufolge jedes Jahr der gesetzlichen Krankenversicherung. Und da werden Behandlungen abgerechnet für Patienten, die schon gestorben sind. Also Leistungen, die nie erbracht wurden. Staatsanwälte und Ermittler von Krankenkassen fordern, das Problem endlich anzugehen. Denn am Ende fehlt das Geld für wirklich kranke Menschen. Mehr zum Milliardenbetrug im Gesundheitswesen. Heute Abend bei den Kollegen von Report München ab 22 Uhr bei uns im Ersten. Fast die Hälfte ihres Lebens hat sie im Gefängnis verbracht. 20 Jahre wurde Kathleen Fulbeck als schlimmste Serienmörderin Australiens bezeichnet. Weil ein Gericht entschieden hat, dass sie ihre vier Kinder umgebracht haben soll. Und nun die große Wende. Ja, sie kann wieder lachen. Denn sie ist frei. Der Fall wurde neu aufgerollt. Und sie ist unschuldig. Wie heißt es doch so schön? Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das stimmt wohl. Aber in der Praxis sieht das manchmal anders aus. Wer Geld hat und sich einen Anwalt leisten kann, hat gute Chancen vor Gericht. Wer kein Geld hat, ist da eher benachteiligt. Eine Schieflage im Justizsystem. Oder sind Fälle wie der folgende nur bedauerliche Einzelfälle? Eine Freundin hat es mir mal versucht zu beschreiben. Wenn sie Depressionen hat, dann ziehen bei ihr große, dunkle, graue Wolken auf. Und plötzlich stellt sie den Sinn des Lebens infrage. Es ist eine Krankheit, die uns alle treffen kann. Die uns lebt. Auch Kinder und Jugendliche. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat gerade Videoclips veröffentlicht, in denen auch Teenager erzählen, wie alles angefangen hat. Und wie sie schließlich lernen, zumindest damit umzugehen. Pubertätsbedingte Stimmungsschwankungen. Oder ist es doch eine Depression? Wie sich das erkennen lässt, zeigen wir Ihnen auf brisant.de. Das erste Mal seit 32 Jahren, genau richtig, steht heute ein Mitglied der königlichen Familie in London im Zeugenstand. Mehr dazu jetzt in brisant prominent. Prinz Harry wirfte britischen Boulevardpresse vor, sich mit illegalen Methoden Informationen über ihn verschafft zu haben. Auch vor seiner Familie haben sie keinen Halt gemacht. Ab heute will Prinz Harry vor Gericht Klartext reden über die Praktiken der britischen Medien. Und ob er den Aufenthalt in London gleich nutzt für eine Annäherung mit der Familie, das ist noch nicht raus. Schnell verliebt und schnell wieder getrennt. Rund einen Monat soll sie nur gehalten haben. Die Liebe zwischen Sängerin Taylor Swift und dem Musiker Matti Healy. Taylor Swift soll ja wieder Single sein. Und das ist nicht die einzige unangenehme Sache, die sie gerade im Moment verdauen muss. Wir haben die Band Marquez getroffen. Und als wir sie gefragt haben, wie viele Alben sie eigentlich schon veröffentlicht haben, waren die drei so ein bisschen verwirrt. Also die Band um Sascha Piero kommt aus Hannover und sie gibt es eben schon seit 15 Jahren. Und ihre Musik klingt immer so ein bisschen nach spanischen Feiern, auch wenn keiner von ihnen spanische Wurzeln hat. Auch die neue Platte. Und morgen kommen wir zu der Band Modern Talking. Die haben nämlich jetzt schon sich vor 20 Jahren getrennt. Da blicken wir auf jeden Fall morgen hin. Brisant ist damit schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten, auch im Namen des gesamten Brisant-Teams. Morgen sind wir also wieder um 17.15 Uhr hier. Machen Sie sich's schön. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.